Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Battlefield 4. Mein Name ist Mike und wir sitzen gerade im Panzer. Wir sind jetzt endlich mal ein bisschen weitergekommen. Okay, da ist mehr. Das sollten wir nicht reinfahren. Verdammt, da ist wieder ein Panzer. Ja, ist ein Feindlicher. Ich habe schon gedacht, vielleicht gehörte er zu uns, aber nein. Mich würde auch mal die Punkteanzahl interessieren. Wie viele Punkte wir jetzt schon haben. Verdammt. Was überlebt der Panzer bitte denn? Das kann kein Panzer aushalten. Na okay, unser Panzer hat jetzt glaube ich noch mehr ausgehalten als die anderen, aber ganz egal. Unser Panzer darf das. Unser Panzer ist cool. Verdammt. Ich glaube, wir hängen dann fest, oder? Nein, kommen wir da rüber? Wir müssen da rüber kommen. Wir haben einen Panzer. Ist das eine Abwehrstellung oder so? Verdammt, was war denn jetzt los? Bitte nicht wieder von Anfang. Komm schon. Komm. Okay, zum Glück. Alter. Nochmal hätte ich darauf keinen Bock gehabt, wirklich. Was du mittlerweile hast, ich fand sie schon. Ganz ehrlich jetzt. Dieses Level habe ich echt keinen Bock mehr. Ich habe wenig Energie. Ja, ich glaube, jetzt steigen wir sofort mal aus. Wenn wir jetzt neu spawnen, stellen wir gleich mal aus und erledigen das mit der Hand. Handarbeit ist nun gefragt. Ihr wisst Bescheid, Leute. Okay, das war komisch, aber ganz egal. So. Wo ist meine Waffe? Ja, hier ist das Teil. Das Teil werde ich jetzt auch brauchen. Ich fahre noch auf dem Panzer. Da ist er schon. Okay, Leute, wo seid ihr? Ähm, ja. Wie viele Punkte habe ich eigentlich schon? Okay, das ist scheißegal. Ich weiß nicht, was ich mache, das war wirklich. Ich habe gerade keine Ahnung. Ich könnte... Ja, ich gehe mit zu viel. Was ist denn los mit diesen Panzern, Alter? Die sind so überpowert. Was geht denn ab? Ich komme hier einfach nicht weiter. Das ist unglaublich. Echt. So, aber jetzt. Ich gehe jetzt einfach mal vor. Mit dem C4. Mit dem C4. Und hoffe jetzt einfach mal, ja, dass ich rechte dick hinkomme. Verdammt, 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 verdammt. Ja, das ist meine Rettung. Okay, jetzt muss ich schauen, dass ich nicht sterbe. So, und explodieren lassen. Ja, 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 ja. Jetzt irgendwo verstecken. Ich glaube, da ist nämlich noch ein Panzer. Ah, da schaut mal das Gras an. Das sieht richtig echt aus. Verdammt. Da kommt schon der Panzer. Okay, jetzt ganz schnell zum Panzer laufen. Doch hier kann er mich nicht treffen. Das ist nämlich das gut an dem Panzer. Und jetzt explodieren lassen. Bitte. Verdammt, verdammt, da schießt noch wer auf mich. Verdammt, bitte. In Deckung. Irgendwo in Deckung. Ganz egal wo. Ja, danke. Verdammt. Komm, bitte heilt, bitte heilt, bitte heilt. Panzer auf den Platz. Nein, nicht noch ein Panzer. Bitte hör auf mit deinen verdammten Panzern. Echt. Die Panzer gehen mir schon so... Wo ist der Panzer? Verdammt. Das ist kein gutes Zeichen. Das ist kein gutes Zeichen. Okay, okay, okay. Noch einen Schuss überstehe ich nicht mehr. Jetzt überstehe ich mir einen Schuss. Okay, ich muss dann hier hin. Ich muss irgendwo anders hin. Verdammt, ist das schwer, Alter. Von wo schießt der wer auf mich bitte? Jetzt ohne Scheiß, ich kann keinen sehen. Ja, mach mal den fertig, der auf mich schießt, bitte. Erreiche das Flugfeld. Das Flugfeld ist ja sowieso in dieser Richtung. Also, können wir den Panzer eigentlich hier umgehen, oder? Ja, das probieren wir jetzt einfach. Nein, hier ist ein Panzer. Okay. Da. Ja, ich muss jetzt hinlaufen. Hilft dir alles nichts. Oder vielleicht, ich probiere jetzt einfach nochmal mit dem hier. Ich muss nachschauen, das hier. Hier, 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 hier. Ganz langsam. Dampter Panzer stirbt einfach, Alter. Verdammt, ich muss immer nachlassen. Ich muss im Schuss. Was ist das? Ich muss jetzt nicht nachschauen. Was ist das? Das ist der Panzer. Ich sehe nicht. Ich sehe nicht. Ich glaube, der... Wie viel haltet dieser verdammte Panzer aus? Ich hasse dich, Panzer. Wirklich, ich hasse dich. Komm schon. Und schießt da auch noch wer auf mich. Ja, okay. Ich glaube, das war's da. Ich kann das nicht mal genau. Jetzt kann er. Hier. Okay. Mein Sport ist schon erledigt. Danke, Squad. Soll ich dann noch einen Schuss frei. Da muss sitzen. Nein, da kann es auch ein bisschen weiter. Okay, ich kann mit dem zu vier schon laufen gehen. Mit dem zu vier geht das ja nicht. Okay, ich hab nur mal. Verdammt, ich hab nur mal ein zu vier. Ja, das muss dann reichen. Ich muss jetzt einfach irgendwie laufen. Ich hoffe, dass er mich nicht bekommt. Ich geh jetzt einfach mal hier, ja. Warte auf einen Schuss und dann laufe ich. Jetzt. Ja, bitte, 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 ja. Und sofort irgendwo Deckung suchen. Gut, dann gleich. Was? Ich wollte gerade. Ach, verdammt, Alter. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich Panzer jetzt hasse. Wirklich. Ich will keinen Panzer mehr haben. Echt? Das ist so verdammt schwer. Ich will da auch gar nicht jetzt so rumjammern, aber. Wirklich, ihr habt ja gesehen, was diese verdammten Panzer da aushalten. Das ist nicht mehr normal. Ah, mein Panzer hält, glaube ich auch. Okay, wir warten jetzt noch ein bisschen hier. Ihr seht da unten. 48, 50, 51, 52 und so. Ich schätze mal, der Halt gerade unser Panzer. Wir warten jetzt noch ein bisschen. Bis der Panzer ganz geheilt ist. Und dann gehen wir weiter. Ich hoffe einfach mal, das ist die Heilung des Panzers. Ja, jetzt können wir weitergehen. Okay, Panzer, lass uns bitte nicht im Stich. Ganz ehrlich, wir lieben dich. Wir lieben dich, aber. Ja. Ja, das ist die Lebensanzeige von Panzer. Verdammter Feigling-Panzer, Alter. Ich glaube, wir halten noch mal einen Schuss aus. Verdammt. Bitte. Bitte. Komm, schießt die Auge. Verdammt. All das ist. Aber jetzt verstehe ich wenigstens, wo die Gesundheit. Gesundheitsanzeige von Panzer ist. Das heißt, ja. Das ist ein kleiner Vorteil für uns, sagen wir so. Wir warten jetzt noch ein bisschen. Und wie läuft es bei euch so? Ich hoffe, also wenigstens ihr hattet einen schönen Tag. Ja, es läuft gerade nicht so gut bei mir. Wie ihr seht, was ist das für eine Optik? Ah, es ist dieselbe Optik wie ich, wenn ich... Ähm, ja genau. Ihr wisst schon, was ich meine. So, bald haben wir es wieder. Ich brauche noch 30 Leben. Dann kann es losgehen. Ja, ich will einfach nur dieses verdammte Level schaffen. Ich bin dann so glücklich, wenn ich dieses Level schaffe. Das weiß ich jetzt schon. Ich will einfach nur von den Panzern weg. Also ich und Panzer, das wird nicht so laufen, wie es soll. So. Da soll jetzt der Panzer beuten auf. Oh Mann. Noch einer. Ihr seid voraus. Da. Das sollte vielleicht auch ein bisschen umherfahren. Vielleicht bringt das was. Aber jetzt bleiben wir es verstehen. Dass wir dieses verdammte Teil auch treffen. Dahinten ist auch noch was. Verdammt. Ja, Panzer verstört. Ich muss jetzt ganz mal schnell weg, weil da hinten ist auch ein Panzer. Und der darf uns eben jetzt nicht treffen. Und deswegen, ich muss jetzt ein bisschen heilen. Ich muss jetzt flüchten. Tut mir leid. Verdammt, 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 verdammt. Schnell irgendwo bei. Was ist das für ein Panzer? Verdammt, Alter. Was war das für ein Panzer, Alter? Das kann es ja nicht sein, Alter, dass ich dieses Level nicht schaffe. Was ist denn los? Tut mir leid, wirklich. Aber ich weiß nicht, was los ist. Echt. Das ist der verdammten Panzer. Da sind so stark. Ich verstehe es wirklich nicht. Ich hoffe einfach, dass ich es bald schaffe, wirklich. Es tut mir leid für die lange Warterei, aber ich kann nichts machen. Wirklich. Diese verdammten Panzer sind einfach so verdammt stark. Kann ich nicht irgendwie ranzoomen, oder so? Ja, ich muss jetzt einfach mal üben. So, okay. Ich kann so nach vorfahren. Oh, zur Seite kann ich fahren. Genau, wenn ich so bin, kann ich auch zur Seite fahren, einfach. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Okay, ich glaube, ich werde mich jetzt einfach immer hin und her bewegen, dass der Panzer mich nicht immer trifft. So, jetzt kommt Panzer. Aber so ist auch ein bisschen schwerer zum Treffen. Aber ganz egal. Hauptsache, er trifft mich nicht. Dann braucht das eben ein bisschen länger. Ganz egal. So lange, wie es jetzt gebraucht hat, hauptsache irgendwas zu schaffen, wird es auch nicht dauern. Was bedeutet eigentlich, wenn da steht, wenig Energie? Das ist bestimmt kein gutes Zeichen, schätze ich mal. Bevor der andere Panzer kommt, heilen wir lieber nochmal auf 100. 90 haben wir schon. Ganz ehrlich, ich will das jetzt einfach schaffen, deswegen warte ich jetzt auf den Panzer. Denn ich will jetzt auf keinen Fall nochmal sterben. Ich schwöre euch, ich habe jetzt schon richtig Angst vor Panzer. Was, das haben wir, der ist schon gestorben oder eben zerstört worden? Ja, sehr gut. Warte, wir heilen nochmal. Okay, jetzt geht weiter. Guter Panzer. Grafer Panzer. Das schaffst du, Panzer. Du bist unser Panzer. Irgendwer hat gerade auf uns geschossen. Ja, ich muss mich irgendwo verstecken zuerst. Wo ist der feindliche Panzer? Da, hin, da. Seht ihr? Das ist nun unser Tod. Wehe, du wehe, Alter, du bringst uns zurück. Wehe, Alter. Ich schwöre, dann hasse ich dich wirklich. Das schaffen wir. Nein, das schaffen wir nicht mehr. Nein, das schaffen wir nicht mehr. Jawohl, ja. Und Bronzel, ja. Alter, verdammt war das knapp jetzt. Okay. Und Silber. Verdammt, nein. Nein, 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 nein. Jetzt auf keinen Fall sterben. Jetzt dürfen wir nicht mehr sterben, wirklich. Nein. Bitte. Bitte lass mich am Leben, bitte. Nein. Das wäre jetzt nicht fair, bitte. Verdammt. Ja, steigen wir mal aus. Ich will nicht sterben, wirklich. Ich habe so viel erreicht jetzt. Ich habe Silber schon bekommen und alles. Wir lassen den Panzer jetzt vielleicht noch ein bisschen aufladen. Vielleicht können wir dann wieder einsteigen. Okay. Ja, warten wir kurz. Verdammt. Ja. Vielen Dank fürs zu Ende von diesem Part. Ich hoffe, wir überleben uns im nächsten Part. Und jetzt.